Heute präsentiere ich euch die Kombination Batterie auf Schott mit 100 Schuss und 2000 Gramm NEM und die Glitter Crackling Korsett mit 300 Schuss und 3000 Gramm NEM. Beide sind von Triplex und in Kategorie F4 eingestuft. Geschossen wurden die beiden gerade eben noch auf einem angezeigten Hochzeitsfeuerwerk der Puro Brothers. Gezündet in Kombination, wobei das Salute Cake etwas später gestartet ist. Viel Spaß beim Video! Die Verkommissionen